Und was hast du dort erlebt? Erzähl mal ein bisschen. Ja, wir sind auf jeden Fall über viele Denkmäler und Moscheen, waren überall, also auf irgendwelchen Türmen. Also alles, was so als Denkmal bezeichnet wird, waren wir fast überall, zumindest in der Hauptstadt. Also ja, da haben wir schon alles versucht, was sehr wichtig war, was man gesehen haben muss. Ja, das Spannendste für mich war natürlich die DINAP-Säule. Also die fand ich richtig spannend, weil die ist sehr hoch und die ist rostfrei, also die rostet nie. Und die Legende dazu fand ich auch sehr interessant. Also wer die Säule mit beiden Händen umfassen kann, also mit beiden Händen, also mit dieser Seite, also so geht das dann. Wer die umfassen kann, der kann sich dann einen Wunsch wünschen. Also das war schon interessant, also diese Legende. Habe ich versucht, aber ich habe es leider nicht hinbekommen. Und es war schon ein bisschen breit für mich. Ja.